Sebastian Reich, Kapitän vom FK Pirmasens, nach diesem Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen, das 0 zu 1 ausging, sag ich jetzt mal, aber leider nur in der ersten Halbzeit. Da habt ihr ganz gut gespielt und habt gut dagegen gehalten. Es hätte können unentschieden stehen. Das 11 zu 1 in der zweiten, das war dann bitter. Ich denke, die erste Halbzeit war überragend. Da haben wir genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das hat super funktioniert. Es war sehr ärgerlich, dass wir dann kurz vor der Halbzeit das 1 zu 0 bekommen. In der Halbzeit haben wir uns nochmal vorgenommen, genau so an die Leistung anzuknüpfen. Dass wir dann halt das 2 zu 0 direkt nach Wiederbeginn bekommen, das war dann halt so ein kleiner Knickschlag. Und dann spätestens nach 3 zu 4 zu 0 war dann klar, dass dann nichts mehr zu holen ist. Ab dem 2 zu 0 kam dann der totale Zusammenbruch, leider. Aber ich glaube, da ist auch ein taktischer Fehler gemacht worden. Der Heinges hat umgestellt und da waren viele außenfrei dann in der zweiten Halbzeit bei Werder Bremen, wollte ich jetzt sagen, bei Bayer Leverkusen. Ja gut, also wir hatten nicht mehr ganz die Ordnung auf dem Platz. Wir haben die Räume einfach nicht mehr zubekommen, wie in der ersten Halbzeit. Und eine spielerisch starke Mannschaft wie Leverkusen, die nutzt das halt einfach wahnsinnig gut aus. Und das schlägt sich leider am Ergebnis nieder. Ja, die haben leider beim 6 zu 0 nicht aufgehört, sondern haben weitergemacht. Dann ging es eben bis 11. Was anderes, ich habe vorhin im Interview dich gehört mit der lokalen Presse hier. Du hast früher schon gegen den Manuel Friedrich gespielt. Und heute auch, dessen Trikot hast du auch an, hast du getauscht und du kennst ihn gut. Und er soll eigentlich ein netter Gegenspieler gewesen sein heute. Du weißt, auf was ich anspielen will. Das Spiel gegen Werder Bremen, da hast du ein anderes Trikot bekommen, nämlich von Miroslav Klose. Und der hat dir, ich sage mal, in der Mitte wehgetan. Der Manuel Friedrich nicht? Nein, der Manuel Friedrich war sehr angenehm als Gegenspieler. Wobei, ich hätte mir heute lieber in die Eier treten lassen und dafür gewonnen, wie eine 11-1-Klatsche zu bekommen. Aber gut, kann halt nicht jeden Tag Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Also insofern müssen wir halt leider damit leben. Der Klosenschmerz ist schon lange vergangen und wir denken jetzt wieder an die Oberliga, denke ich. Genau, so sieht es aus. Danke sehr. Danke.